So wie zerrüttet ist das deutsch-türkische Verhältnis? Was lässt sich da noch kitten? Darüber möchte ich jetzt mit Erdal Yalcin sprechen, dem stellvertretenden Leiter des IFO-Zentrums für Außenwirtschaft. Schön, dass Sie da sind. Zunächst einmal, wie sehr kann die aktuelle Haltung der deutschen Regierung der türkischen Wirtschaft Schaden zufügen? Der Schaden ist sicherlich sehr groß, mittelfristig vor allem auch. Man muss sich ja vor Augen halten, das Land ist ja nicht seit gestern erst in einer politisch schwierigen Situation, sondern seit mehreren Jahren. Das erklärt beispielsweise auch, warum deutsche Unternehmen mit staatlichen Garantien dort aktiv sind. Das heißt, es war bisher politisch schon Unsicherheit vorhanden. Jetzt wird aktiv auch noch von der aktuellen Regierung diese Unsicherheit verstärkt. Das Motive, stärker in das Land jetzt noch mal zu investieren, wird das sicherlich nicht generieren. Im Gegenteil, Zurückhaltung ist geboten. Ich meine, Ankara hat sich ja ein bisschen bewegt in der Zwischenzeit. Zumindest was diese Terroranschuldigungen gegen deutsche Unternehmen wie BASF oder Daimler angeht, da sagen Sie, nee, so war das nicht gemeint. Kann man dem Glauben schenken? Was heißt das für Sie? Ja, die Politik aus der Türkei spricht leider nicht mehr mit einer Stimme. Sie haben auf der einen Seite den Präsidenten, der stark auf die Innenpolitik ausgerichtet ist und gleichzeitig beschwichtigt dann der Vizeministerpräsident die Wirtschaft. Und das macht er aus gutem Grund, denn die Wirtschaft ist das Rückgrat der Stabilität in dem Land und es ist vor allem die europäische Wirtschaft. Wenn hier jetzt die europäische Industrie unter Druck gesetzt werden sollte, dann schadet sich die Türkei unmittelbar selber. Europa will ja jetzt auch die Türkei ein bisschen mehr unter Druck setzen. Aber was genau kann Europa denn eigentlich machen? Nun gut, es gab die Idee, dass man die Zahlungen im Rahmen der Beitrittsverhandlungen aussetzen kann. Das ist nicht wirklich eine Option. Viel wichtiger ist, denken wir, die Zollunion, die erklärt, warum die Wirtschaft so gut funktioniert hat in den letzten Jahren zwischen der Türkei und Deutschland insbesondere. Das ist ein Vertragswerk, das den Güteraustausch friktionslos ermöglicht. Das ist der Grund gewesen, warum deutsche Unternehmen investiert haben in der Türkei, um dort zu produzieren und auch Güter dann für den europäischen Markt zu kaufen. Aber es gilt noch nicht für alle. Diese Zollunion soll ausgeweitet werden und darüber denkt man jetzt nochmal nach. Genau, das ist auch ein Ankerpunkt. Die Zollunion ist beschränkt gewesen auf Industriegüter. Man wollte sie modernisieren, ausweiten auf den Agrar- und Dienstleistungssektor und dann auch noch ein Streitschlichtungsverfahren, das nicht implementiert war. All das ist on hold gesetzt. Die Kommission hat zwar ein fertiges Mandat, was sie verlangt, das der Europäische Rat ihr erteilen soll, aber es wurde nicht umgesetzt. Und mit diesem Vertragswerk kann man Druck aufbauen, denn es wird unmittelbar langfristige Investitionsentscheidungen nochmal beeinflusst. Wie erklären Sie sich eigentlich, weil es steht ja viel auf dem Spiel, wie erklären Sie sich, warum Präsident Erdogan, der ja für viele als der Vater des türkischen Wirtschaftsbooms gilt, es sich mit den wichtigsten Partnern so verscherzt? Ja, das ist, die Probleme, die wir heute sehen, sind nicht erst in den letzten Monaten oder seit dem Putschversuch aufgetaucht, sondern eigentlich ab 2005, 2006. Die Türkei hat floriert wirtschaftlich, mit Europa gewonnen, eine Win-Win-Situation mit der Zollunion geschaffen. Aber gleichzeitig ist plötzlich offensichtlich in der Türkei die Idee entstanden, dass neben Europa Alternativen existieren könnten, in Nordafrika, im Nahen Osten, mit Russland. Und anfangs sah das ja auch so aus, mit dem arabischen Frühling wollte man eine Führungsnation werden, aber dann hat sich alles wieder anders entwickelt. Aber mit Russland ist man sich dann doch näher gekommen. Ja, zwingendermaßen, nachdem in Syrien alles kollabiert ist, in Libyen alles kollabiert ist und mit Europa es nicht mehr so gut lief, hat man zwingendermaßen mit Russland wieder ein besseres Verhältnis schaffen müssen, auf Kosten der eigenen Politik letztendlich. Man hat alles aufgegeben, damit das Verhältnis zumindest mit Russland gut ausgerichtet ist wieder. Aber die Rechnung ist noch nicht ganz aufgegangen. Das wird noch sehr spannend werden in Europa und auch zwischen der Türkei und Deutschland. Erda Yalcin vom IFO-Zentrum für Außenwirtschaft. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke.